Hey und Willkommen, mein Name ist Sgt Max und wir spielen immer noch Left 4 Dead 2, das war der Dämmel Crap, Alter, egal, in der Theorie hört es sicherlich gut an, ja, das stimmt, das stimmt, tatsächlich, ja, also für die, die es nicht verstanden haben, wir spielen immer noch Left 4 Dead 2 und Sgt Max, hi, ja, moin moin, liebe Leute, hallo zusammen, wir haben vorhin im letzten Part ein wenig verkackt und haben es nicht ganz in den Safe Room geschafft, wir wissen aber aus Erfahrung, weil wir uns informiert haben und toll und klug sind, dass wir hier kurz vorm Safe Room waren, deswegen haben wir jetzt, ich hoffe ihr verzeiht uns, direkt hier angefangen, unverzeihbar, ja, ja, gut, das waren nur bei Max und Jesus hier raus, ja, genau, da wo Zoe die ganze Zeit gegen schießt, achso, hier, und, los geht's, boah, es ist so dunkel, äh, ha, Alter, ich seh nix, boah, okay, crap, ey, boah, da ist Kohle, da ist Kohle, ey, wo, wer ist Kohle, Kohle, schnell, Kohle, hast du ne Axt, ich will Kohle abbauen, ey, Vorsicht, nicht runterfahren, ach du scheiße, alter, alter, was geht denn, alter, jetzt ducke ich mich auch schon, um nicht runterzufallen, sehr, ja, das ist schrecklich, oder, alter, wie sie ausflitten, hinter uns ist irgendjemand schießt auf mich, nee, nee, es war ich jetzt gerade, weil du mir reingelaufen bist, war definitiv deine Schuld, und ich meine, dann auch noch mir die Schuld geben, ne, jetzt immer nicht auf verbindende, äh, so, Totenstille, ja, ja, Konzentrationsphasen, während ich Max abschieße. Das geht gar nicht. Ne, wir sind nicht. Fackel drauf. Ich stell mich drauf. Nein, nein, nein. Oh, ich hab mich so gefressen gerade. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Oh, danke, 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 sorry. Alter, wie sie ausfällt mir, das ist ja nicht... Was ist denn hier immer normal wie die hier mit mir talken, Alter? Weil es schon so früh, schon Zeit für talken. Es ist so scheißdunkel hier. Splitter, vorsicht, das kotze. Opa. Hinter euch, hinter euch, alter, alter. 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 Alter, wie sie ausflicken. Oh, 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 oh. Oh, danke. Oh, sorry, ich beschieße euch die. Max hat eine Errungenschaft erhalten, Spaßbremse. Oh, da hinten ist wieder, da hinten ist wieder. Lass noch eine, das noch eine, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hab ich. Habt ihr? Vielen, vielen Dank. Sturmwaffel, du bist mein Held. Ich weiß, aber jetzt hören wir auf so zu talken und dann machen wir. Oh, hier, wenn man spinnt, der ist reingeht. Du bist der Mann mit dem Apfel auf dem Rücken. Der Mann mit dem Apfel auf dem Rücken. Wenn man spinnt, der ist reingeht, der wird auch... Hey, Vorsicht. Was wird man dann? Langsamer. Wie Minecraft und so. Wo ist der? Ey, hier ist so ein komisches Magma-Ding. Ja, drauf, schieß, komm. Jaha. Alter, doch nicht auf mich. Hab ich doch nicht. Das war Bergmann jetzt. Ja. Das ist normalerweise meine Aufgabe, aber das war Bergmann jetzt. Das sieht so aus, wenn wir gleich von... Das mag ich ja ganz gern. Ich hör schon... Ein Bullet to the Knee. Oh, Alter. Nee, nicht schon wieder so. Nein, immer... Sag mal, Max, ich hab heute schon mehr Kugeln in dich gesteckt, als in Zombies. Ja, das machst du ganz gerne mal irgendwie, ne? Aber jetzt ist ein bisschen dirty gerade. Ja, ist voll... Das ist... Das ist dirty talk, Alter. Das hab ich irgendwie, seitdem ich Max kennengelernt hab, hab ich das so an mir im Moment. Oh, Vorsicht, Alter. Ah. Geht zurück, geht's... Ich seh nix mehr, ich seh nix mehr, ich seh nix mehr. Ja, ist gut, alles gut. Du bist aus der Gefahrenreichweite. Du bist aus der Gefahrenreichweite. Ich bin in Boomer Gallenflüssigkeit gefallen. Oh. In Boomer... Ey, ey, das ist nicht mehr normal. Das dauert eh, bis die Scheiße weg ist. Oh, Entschuldigung. Zweite Pistole. Hey, Vorsicht. Boah, Alter. Wer ist er denn? Digga, wie talkst du eigentlich mit mir, Junge? Alter, wie talkst du eigentlich? Lade nach. Lade nach. Lade nach. Ey, es ist mir eigentlich nicht zu dunkel hier drin. Oh, Vorsicht. Alter, da ist hinter dir einer. Warte mal, ey, hallo. Hier, hier. Ich seh nix. Der Regen ist ein bisschen extrem. Ey, Vorsicht mal bitte. Was geht mit dem Golem? Guck mal da. Was hat er denn? Weed. Weed? Oh, 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 Flüssigkeit, Flüssigkeit da. Ey, wo denn? Direkt, da stehen wir drauf. Oh, was geht mit dem Golem? Boah, Alter. Der kommt da einfach hoch. Ich hab das Master Schwert. Ach so, ihr seid noch, okay. Golem. Ich seh nix mehr, Leute. Ihr müsst mir helfen, Mann. Ey, wo ist er? Es ist zugegangen hier. Ja, der frisst die ganze Zeit. Da passiert nichts mehr. Ich komm da. Ist er endlich tot? Alter, was war das denn? Meine Fresse, ey. Und dann trotzdem hoch, oder was? Aber im Tod ist entspannt, ja. So, warte. Ich muss mich mal ganz kurz verarzen. Ich bepumel mich mal selber eben. The other isn't safe. Do not go there. Okay. Das heißt, wir können nicht noch in den ETH, oder was? Keine Ahnung. Ne, also, weißt du, wo war denn mal der Punkt in der Menschheit? Alter, aber es geht, es geht. Oh nein, nein, nein. Oh, 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 oh. Was? Habt ihr tot gemacht? Ja. Ja, ja. Sehr gut. Du brauchst Hilfe, hast du gehört? Sohn Waffel. Ich werd grad. Ne, Soi hat das grad gemacht. Ne, Soi hat das gemacht. Hast du Glück gehabt, dass du deinen Apfel behalten konntest? Ja. Das hab ich heute nicht zum ersten Mal gehört. Das hab wir heute nicht zum ersten Mal gehört. Ey, Vorsicht, Vorsicht, wow. Oh nein, nicht schon wieder. Ey. Ich kann da nicht drauf, schieß nicht. Ey, da komm ich wieder mal. Ich fett's euch dann wieder. Muss mal ganz kurz hier. Ah, Reaper. Ey, Granaten, ich bin so dumm schon wieder. Nein. Los, hör auf, Granaten zu werfen. Ey, ich weiß nicht. Die sehen so komisch aus. Nein, 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 der ruft mich nachher. Ey. Alter, ich bin im Feuer. Ey, das ist nicht normal hier gerade. Ey, die Granaten, man kann die gar nicht unterscheiden, ob das was zu essen ist oder nicht. Splitter, 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 splitter. Ein bisschen zurück. Oh Gott. Meine Güte. Sag mal, ist das wieder so einer von den unkaputtbaren? Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Wow. Okay, Glück gehabt. Da ist ne Tür. Ja, da ist, äh... Du, äh, Max, brauchst du mal? Soll ich dich mal verbinden? Du hast so echt gar nichts. Ja, das wär ganz nett. Ey, oh, gut. Ja, du sollst mich nicht schlagen. Ey, wieso halten die so unglaublich viel aus? Warte, wo ist denn mein... Ist das mein Apfel hier? Ja, komm mal her. Wie mach ich das dann? Rechtsklick, ne? Ja. Ja, einfach genau. Erstmal schön die Fresse polieren. Ja, Max, soll ich dich heilen erstmal? Ich danke dir, ich danke dir. Sehr, sehr gerne. Ich bin so blöd, diese verschissenen Granaten, ey. Das ist jetzt schon das zehnte Mal, dass mir das passiert. Ernsthaft hast du grad wieder ne eine? Okay, gut. Ne, jetzt grad nicht, aber sowas ist das hier? Ja, Redstone. Jetzt müssen wir, glaub ich, ne Bombe bauen oder so. Sowas hatte ich schon mal gesehen. Okay. Was bringt denn das? Kann man da irgendwas draus basteln in dem Inventar? Ja, Grabräuber. Wie macht man das? Wir müssen das einfach hier drauf platzieren jetzt, genau. Wo? Hattest du dir mitgenommen? Hier war doch grad TNT drauf. So? Ja, genau. Und jetzt hier ein Scheiter. Sehr gut. Weg, 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 weg. Alter, Alter, Alter. Wohin, wohin? Sehr gut. Okay, ey, da sind gleich die Nächsten. Boah. Nein, 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 nein. Ey, mein Game ist abgeschmiert. Boah, bei mir auch. Bei mir auch. Wieso, wenn du postest, dann fliegen wir aus. Achso, oh nein. Nein. Oh, herrlich. Super. Herrlich. Was wollte er denn jetzt, ey? Bla, 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 client irgendwas. So, das Spiel ist kurz abgeschmiert. Wir sind wieder da und weiter geht's. Juhu. Richtig. Fürs zweite Mal, man sagt, nee, was sagt man? Alle guten Dinge sind drei, wollte ich grad sagen. Genau. Ich hoffe nicht. Sagen wir alle guten Dinge sind zwei. Wo steh ich das TNT-Ding hin? Ich hab das jetzt gerade in der Hand. Hier war das auch das letzte Mal. Jetzt nehmen wir das, platzieren das hier hin. Wie meint das? Mit E oder mit F? Mit E, mit E. E. Hallo. Ah, jetzt. Ja, jetzt. Ich hab hier einen Hebel, aber ich kann den nicht da hinsetzen. Ja, warte mal. So. Achtung, weg, weg, weg. Wo war die Muni? Hier war die Muni. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Sorry, sorry. Sehr gut. Warte mal, hier liegt noch was. Da kommen jetzt die ganzen Viecher, ne? Ne, alles cool. Ah, jetzt bin ich rausgeflogen. Ernsthaft. Ernsthaft? Ey, jetzt ist es schon wieder. Jetzt hab ich... No pre-catched models infected common male polo jeans model. Ja, das hatte ich auch, diese Meldung. Client-Scheiße, irgendwas. Engine-Error. Ja, der Engine-Error. Kinder, Freunde, Liebhaber. So ging das jetzt noch eine ganze Weile weiter. Wir wussten nicht mehr, was zu tun ist. Ich hab's auch noch mal probiert zu hosten und bei mir kam auch ein Modelfehler auf. Ich hab leider die Fehlermeldung nicht mehr. Dennoch, die Frage an euch jetzt, so wie bei den anderen beiden, habt ihr einen Plan, wie wir da weiterkommen? Denn im Internet sind wir nicht fündig geworden. Also wenn jetzt wieder einer ankommt und sagt so, ja Leute, dann müsst ihr doch einfach nur mal gögeln oder irgendwie sowas. Das haben wir schon gemacht. Dennoch würde es mich freuen, wenn sich vielleicht irgendjemand meldet, der da eine Problemlösung kennt oder weiß, was wir da tun können. Ähm, falls ihr genau wissen wollt, was bei Max war. Ich glaub, in Max' Video. Ne? Sergeant Max. Habt ihr auch hier drunter den Link in der Box da, hier. Da, so unten, wo es hinkommt. Äh, friends. Könnt ihr euch auch die Fehlermeldung mal angucken, weil er hat einen Screenshot davon. Und ich hoffe, ich freu mich einfach mal, falls ihr... Ich würde mich darüber freuen. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr eine Antwort hättet. Oder vielleicht eine Problemlösung. Von daher würde ich sagen, bis dann. Bis zum nächsten Video. Bye. 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 Bye.